Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Chivaldo und herzlich Willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Reapers. Wir sind hier mit unserer Schokobo Gang auf der Suche nach den Johnnies und wir haben ihn gefunden. Hier, wunderschön am Wasser, chillt er. Am Rand der Wüste, lese ich gerade. Mal gucken, wie wir ihm helfen können. Wir machen direkt weiter. Ja, wir kommen hier helfen. Ah ja, Tomberry, ja da war doch was. Was? Du bist nicht zufällig gerade auf dem Weg in die Wüste, oder, Bruder? Natürlich nicht. Könntest du dann vielleicht so eine Krone für mich stibitzen? Möglichst ohne Kratzer und so, natürlich. Okay, wir kümmern uns drum. Erstmal müssen wir einen Weg finden, die Wüste überhaupt zu betreten. Sieht schwierig aus im Moment, oder? Warum? Wir haben doch Schokoboos. Mensch, Bruder, du bist echt unschlagbar. Dann reißt euch die Krone mal schnell unter den Nagel. So machen wir das. Ich warte hier so lang, wie es sein muss. Also beeilt euch, sonst vertrockne ich nämlich. Lüge, da ist Wasser. Spring einfach rein. Okay, was? Der Griff nach sieben Sternen beschafft der Krone. Aber diese Tomberries, sind das nicht diese kleinen... Ich habe das schon mal gesagt, aber ich weiß nicht genau, ob das tatsächlich die sind. Vielleicht verwechsel ich die auch. Du kannst hier nicht weiterschwimmen. Warum? Du kannst hier nicht weiterschwimmen. Warum? Jetzt sag mir nicht, ich kann da auch nicht weiterschwimmen. Was? Habe ich hier irgendwas übersehen? Hä? Moment mal, was? Vielleicht fragen wir ihn lieber erstmal. Nein. Ja. Du sollst mir sagen, wie ich da hinkomme. Okay, offensichtlich komme ich hier nirgendwo lang. Warum auch immer. Was sagen denn meine Aufträge? Stiehle dem Tomberry-König seine Krone und bringe sie zu dem Johnny am Grenzland der Wüste. Was? Wie? Ohne Schokobo vielleicht? Ich muss wahrscheinlich außen rum. Wahrscheinlich muss ich irgendwo außen rum. Und ich sehe es gerade nicht. Das ist jetzt mal meine Theorie. Vielleicht kommen wir ja hier irgendwie dahin. Probieren wir es doch mal aus. Was ist das für eine verlassene Westernstadt? Sieht aus wie in so einem Hollywood-Schinken. Wo jetzt gleich die ganzen Cowboys um die Ecke stürmen und uns angreifen. Es wird wahrscheinlich nicht so sein. Die Barmherzigkeit des Planeten. Oh, Moment. Waren das Kisten? Nein, das sind keine Kisten. Komme ich von hier dahin? Oh, was gibt es hier? Kisten. Der gute alte Supertrank. Hier komme ich hoch. Hier auch. Und aus. Nein. Schade. Das ging dann doch nicht. Gnade des Planeten. Okay. Aber. Aber was jetzt? Das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein hier. Oder? Ich übersehe irgendwas. Irgendwas übersehe ich doch. Kann man hier noch lang? Hier kommt man auch rein. Aber hier ist nichts. Okay. Also wenn man da nicht lang können. Das ist zu. Dann müssen wir von hier dahin. Weißt du was? Ich wollte ja sowieso die Hauptstory weitermachen. Nachdem ich das hier eigentlich erledigt hatte. Aber. Offensichtlich geht das nicht. Wir nehmen unser Schokobo zur Schokobo-Haltestelle. Und von hier machen wir uns auf den Weg zur Hauptstory. Ihr habt richtig gehört. Die Hauptstory wartet. Da hinten nämlich. Salbei passt nicht mehr in dein Inventar. Was? Das gibt's nicht. Sowas gibt es hier nicht. Was kann ich denn mit Salbei so machen? Nein. Auch nicht. Salbei auch nicht. Nichts. Schutzstiefel. Kein Salbei. Ja gut. Wahrscheinlich brauche ich auch Salbei eher hier für sowas. Heiltränke könnte ich machen. Maximal gehen 19? Oh, okay. Ja, ja, klar. Ich mach mal 10. 10 Heiltränke. Dann machen wir noch. Goldnadel kann man nicht nutzen. Wobei Perlen irgendwann müssen wir auch loswerden. Vier Stück. Let's go. Wofür wir die Goldnadel brauchen, weiß ich gerade nicht mehr. Aber dann haben wir sie wenigstens. Chorellgebirge. Jetzt sind wir da. Was nu? Ach, nix. Das sah irgendwie so aus, als ob gleich eine Zwischensequenz kommt. Wohl nicht. So, erst einmal. Erst einmal den Megatrank hier, natürlich. Ich bitte euch. Das ist wichtig. Okay, hier können wir nirgendwo rum. Kommt, Leute. Wir wollen weiter. In Le Story. Der Aufstieg ins Chorellgebirge. Wir müssen wohl zu Fuß hoch. Schaffen wir das denn auch? Mit links und 40 Grad Fieber. Konzentrier dich einfach auf die Aussicht. Mit 40 Grad Fieber. Sehen. Hm? Es sei denn. Du meinst das Schrottding von Reaktor. Ah, stimmt. Du kennst dich hier ja gut aus, Barrett. Hm. Los, gehen wir. Tier Grießkram. Wusstest du, dass Materia kristallisiertes Mako sind? Klar. Das heißt, wenn es oben einen Reaktor gibt, gibt's auch Materia. Das hoffe ich doch. Na dann, hol dann voraus. Alter. Mir ist sowas sehr motiviert. Wir sind jetzt ein Team. Also benimm dich auch so. Keine Alleingänge. Hä? Brauche ich jetzt etwa für alles deine Erlaubnis? Ganz genau. Verstehe. Barrett, darf ich singen? Was? Darf ich mir den Rücken kratzen? Darf ich mir im Ohr popeln? Alter. Im Ohr popeln? Hey, darf ich? Jetzt darfst du ein... Ich, darf ich? Schnauze! Gar nichts darfst du! Hey, das ist eine Einzeichnung meiner Grundrechte. Hörst du? Sag mal, Kika, wie geht's nur mit dem Looten aus? Na ja, er hat mehr Gute als schlechte Seiten. Wie geht's? Jede Menge Stopp. Du meinst 49% Idiot, aber 51% hinterher? Ein paar Prozent mehr, unser Kerl. 54, 55? Mehr? Weniger? So ungefähr? Was reden die da? Ich bin auch noch. So, wir finden hier jede Menge Stuff. Ich bin hier fleißig am Looten und die labern sich da ein ab. Okay, gut. Äh, ich glaube, viel mehr gibt's hier nicht. Denke ich. Oh, da oben, was ist das? Was leuchtet da so schön? Was? Entschuldigt, meine Beine sind schon ganz schwer. Oha, Erich. Machen wir ne Pause. Aber wenn wir trödeln, dann schnappt sich die Materia... Ich meine, entkommen uns die Umhangtypen noch. Natürlich. Ich hab eine Idee. Ich geh vor und kundschaft dir schon mal die Gegend für uns aus. Ihr kommt einfach irgendwann nach. Dann bis nachher. Wuuuush! Was hat die? Das schätzt der wohl gerne. Kommt gar nicht in die Tüte. Was? Ich gehe den beiden lieber nach. Barrett ist nicht ganz er selbst. Und ich mache mir Sorgen. Mach das. Wir warten oben auf euch. Lasst euch Zeit. Danke. Werden wir... Okay. Das heißt, wir sind jetzt mit Red und mit Erich unterwegs. Jeder in seinem Tempo. Oha, hier können wir uns ein bisschen leveln. Das hatte ich sowieso vor. Weil ich hier drin... Ein Zauberstab. Erich... Ich glaube, ich habe da was für dich. Huch. Ausrüstung für Erich. Zauberstab. Physische Attacke geht runter, aber die magische dafür nach oben. Genau das, was eben ein Zauberer oder eine Zaubererin benötigt. Hier können wir noch zwei von den Dingern reinhauen. TP Maximum und... Äh... Kritische Treppe plus 5. Schaden von Sturm. Kritischer Schaden nach oben. Haben wir sonst noch irgendwas? Nö. Passt. Haben wir wieder eine schöne Waffe gefunden. Klasse. Ich hoffe, ich habe keine Waffen übersehen. So, hinsetzen gleich. Hallo. So. Was kann ich denn schönes kaufen hier? Mega-Trank. Ist runtergesetzt. Für 600 Gil. Ja, komm. Alles, was im Ausverkauf ist, nehmen wir halt mit. So. Ähm, ansonsten. Abyssens reif. Megalodon reif. Oh. Der ist ganz nett für Red. Den können wir aber auch herstellen, glaube ich, ne? Irgendwie. Die brauche ich nicht. Behandeln. Ermöglichen den Einsatz von Zustandsheilmagie. Barriere-Gestärkte-Attacken. Das sind alles die Sachen, die wir noch nicht haben. Glücksboost. Meister der Gegenstände. Effizientes blocken. Das könnten wir eigentlich ganz gut gebrauchen. Irgendwann. Irgendwann. Ihr wisst auch, wie ich zu kaufen von Gegenständen stehe. Aber dieser Megalodon-Armreif, den kann ich doch erstellen, oder? Dachte ich. Nein. Nee. Ich dachte, ich hätte das irgendwo gesehen. Nee, ich habe mich wohl vertan. Offensichtlich. Nicht schlimm. Wir verbessern erst mal unsere WP. Denn wir haben ein bisschen was. Die Gruppenstufe 5 wurde freigeschaltet. Erhöht das MP-Maximo um 3. Ja, komm. Nehme alles mit. Ich will ja eh alles verbessern. Erlebt den Schaden bei Blocken um 5%. Gut. Ansonsten kann ich nichts mehr machen, glaube ich. Ja, das kostet 15. Next. Erisch. Magische Attacke um 20 erhöhen. Ja, bitte. Und schon haben wir 0 WP. Ähm, hier, ja, 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 ja. Dauer der Rächerhaltung. Hört die Aufladungsmagie der Rächerleiste bei erfolgreichen Blocken. MP-Maximum 3 erhöhen. Blitzelementare. Angriff. Mein guter Red, das benötigen wir. So, was hat denn der gute Barrett für uns? Club und Barrett schärfen gemeinsam ihre Konzentrationsfähigkeit. Konzentrationsfähigkeit. Führt im Team einen Streuschuss mit physischem Schaden aus? Hört sich gut an. Und Eiselementare. Magischer Angriff. Ohne MP zu verbrauchen. Das brauchen wir immer. Tifa und Erich schärfen gemeinsam ihre Konzentrationsfähigkeit. Komm. Nehmen wir das mal mit. Und für Yuffi. Können wir auch jetzt Sachen machen. Eiselementare. Magischer Angriff. Und was ist das hier unten? Er hat den Schaden normaler Angriff um 3%. Ja, das brauchen wir natürlich. Und Schaden durch Synchroaktionen. Und Synchrofertigkeiten. Ich weiß nicht, warum die diese Synchro... Oh, wir haben noch 5 Punkte. Kann ich hier noch verbraten? Hier. Die Synchrofähigkeiten, Fertigkeiten, die haben wir sehr selten. Also eigentlich eher bei Bossfights. Was ich schade finde. Aber gut. Anders geht's wohl nicht. Oh, ich muss mal gerade schauen. Sonst haben wir nichts mehr, ne? Ich glaube nicht. Dann können wir auch uns noch kurz hinsetzen. Und eine Weile chillen. Und ausgeruht geht es also weiter. Mit voller TP und MP. Heißt das jetzt mal, wir kommen jetzt zu einem Boss-Fight. Liebes Spiel. Heißt es das? Von hier kamen wir, ne? Oh, was ist denn? Was haben wir denn da? Materie. Geschwächte Abwehr. Die sollte ich direkt mal einsetzen. Für die gute Erich. Was ist das denn? Da. Geschwächte Abwehr. Ermöglicht den Einsatz von Magie, die die physische und magische Abwehr schwächt. Aha. Macht bei einer Verbindung mit der Materie Widerstand außerdem resistent gegen eine Schwäche und der eigenen physischen magischen Abwehr. Widerstand. Wo ist Widerstand? TP-Boost, Luft. Haben wir Widerstand? Äh, Materie umplatzieren. Ja, und zwar hier rein. Haben wir Widerstand? Widerstand. Mh, das hat aber... Das hat aber die Tiefe. Ich mach das erstmal hier rein. So, Tiefe. Gestärkte Abwehr. Widerstand. Ah, sie hat das. Okay. Ähm, aber sie benutzt ja keine Magie. Sagen wir mal ehrlich. Oder? Also schon, aber... Eher unsere... Unsere gute Erich. Gestärkte Abwehr. Geschwächte Abwehr. Was... Was hab ich da getan? Was hab ich jetzt getan? Ich wollte doch eigentlich Widerstand rausnehmen. Äh, und Tiefe. Entferne stattdessen. Ja, bitte. Was hab... Was hab ich ihr denn weggenommen? Äh, 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 äh. Das heißt, ihr setzt sich... Gestärkte Abwehr wieder hin. Sorry. Entschuldigung. So, jetzt stimmt's aber. Jetzt ist richtig. Hoff ich. Wenn nicht, dann... Dann soll mich der Blitz treffen. Gut. Wir gehen weiter. Den Aufstieg hinauf. Ja, was haben wir denn hier schönes? Zink-Erz. Trail. Der Pfad. Der Trail heißt auch Pfad, oder? Ja, also eine Legationswerteil. Wer hier ist los? Er ist mal eine kleine Analyse. Ein Ungeheuer, das in Bergregionen lebt und sich in verlassenen Minen vermehrt. Es greift mit den Stacheln auf seinem Rücken an und kann auch Magie wirken. Wirksam Eis. Ähm, wie wär's mit der eisigen Verkettung? Ausgezeichnet. Das war's. Natürlich war's das. Ich bitte euch. Das waren jetzt nicht gerade die... Die Säulen der Gegnerscharen. Guckt hier mal diesen Ausblick an. Wenn das nicht schön ist. Das wär doch was für ein Fotomodus. Oder? So ein kleiner Fotomodus. Ich überleg' gerade. Ist hier... Sind wir auf der Insel mit... Mit diesem... Riesigen... Alter, wo sind wir? Das ist eine ganz andere Map hier. Äh, mit diesem... Äh, Phönix, oder was das war? War das... War das diese Insel? War nicht diese Insel, glaub' ich, ne? Bin mir grad' unsicher. Majoran. Klasse, können wir gleich kochen. Ähm, hier geht's auch hoch. Guckt mal grad' auf der Map. Ja, das ist... Beides irgendwie richtig, ne? Beides so ein bisschen richtig. Dann schauen wir doch mal, was es hier gibt. Dieser wunderschöne Ausblick ist einfach... Hui! Das gefällt mir. Okay, wir nehmen ein bisschen Stuff mit. Ich seh' kein riesiges Ungeheuer. Machen wir dafür wieder diese Igelflöhe. Ähm, eisige Verkettung. Ziemlich schwach. Und Schiss! Ja, es ist raus. Es ist aus. Nichts Magie. Äh, Eis. Es wird kalt. Jetzt oder nie. Das wurde wirklich kalt. Sehr, sehr schön. So, was ist... Was ist das denn hier? Du hast einen von Jufi gekennzeichneten Wegweiser entdeckt. Oh. Ach, da müssen wir lang, ja? Mit anderen Worten, ich will da nicht lang. Weil das wird wahrscheinlich die Hauptstory sein. Wir schauen uns jetzt mal voran, Herr Seeum. Wenn es denn hier noch die Möglichkeit gibt, andere Dinge zu erkunden. Ähm... Ja. Ja, wir sind ja direkt nebeneinander. Alter, wie groß ist der bitte geflogen? Oh, oh, oh. Ein Nadelspucker. Moment mal, den kennen wir noch gar nicht. Das stimmt. Ein Ungeheuer, das äußerlich einem Fisch ähnelt und an Gebirgsregionen angepasst ist. Eine mutierte Form des ursprünglichen Belugu, die sich nach dem Kontakt mit Baumaterialien des Makro-Reaktors verändert hat. Sie ernährt sich von Insekten, indem sie sie einsaugt. Stirb. Stirb. Okay, das war ein ekelhaftes Vieh. Was ist denn, was ist denn das hier? Goldstaub, Amethyst und ein Smaragd. Wow, da will ich auch mal hin und solche Dinge finden. Jede Menge Stuff. Ich nehme einfach mal alles mit, ne? Bisher kriege ich ja keine Info, dass wir alles doppelt und dreifach haben. Oder 99-fach. Okay. So. Perlen Ingwer. Also von diesem Perlen Ingwer finden wir einiges, ne? Hier müsste ich immer mal wieder verbraten. Eine kleine Kiste mit einer neuen Waffe für uns. Kommt schon. Passt. Ein Rubin. Ähm. Ich höre es gerade klingeln. Kleinen Moment. So, da sind wir wieder. Jetzt hängt hier mein Kabel schief. Okay. So, wir haben... Was haben wir da drin gefunden? Ein Rubin, glaube ich, ne? Da geht noch was. Wobei ein Rubin finden in echt würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Magie. Wie wäre es mit Eis? Auf alles. Keine Chance, mein Freund. Keine Chance. So, den hätten wir also auch. Wo bin ich hier? So, das ist der Weg, der uns weiterführt. Das heißt, ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um, bevor wir hier irgendwas übersehen. Wie zum Beispiel jede Menge Klinge. Alte Baumrinde. Okay. Nehmen wir alte Baumrinde mit. Warum nicht? Wer trägt das alles? Barret ist nicht dabei. Oh, da hinten gibt es ein paar Pelikane für uns. Sehen auch aus wie neue Gegner. Vielleicht aber auch nicht. Ah, Nadelkuss hatten wir schon. Ja, ja, ja. Ähm, windig. Wir brauchen Wind. Sehr gut. Der Fall ist geschwächt. Das ist. Das war abzusehen. Keine Chance. No Chance, man. No Chance. Ähm. Kisten sehe ich jetzt gerade keine, aber kann ich hier drauf? Das sieht doch irgendwie so aus, als ob man da drauf kann. Wohl nicht. Kann ich von hier irgendwas sehen, was mich interessiert. Das ist nicht der Fall. Schade. Ich meine, da gibt es ja nichts, ne? Ich sehe von hier nichts. Wir gehen weiter. Wir gehen dem Zeichen von Yuffi hinterher. Oder der Zeichnung. Dieser wunderschönen. Wo war die nochmal? Ich glaube, hier, ne? War das hier? Da ist es. Da ist das gute Stück. Wir haben noch ein bisschen was. Komm her. Die Baumrinde. Was ist das denn für eine Apparatur hier? Ist das denn ein Lift? Porell Ropeway. Ist natürlich kaputt. Deswegen mussten wir zu Fuß. Aber vielleicht kann ich es ja wieder in Gang setzen. Vielleicht geht das von hier. Wohl nicht. Schade eigentlich. Das Ding würde ich gerne wieder in Gang setzen. Wäre doch ein cooles Ding. Für Abkürzungen. Wir gehen den Pfad weiter. Was ist das? Sag mal bitte, das sind Pilze. Ich will euch erstmal analysieren. Liebe Kronpilze. Bin mal so frei. Diese pilzartige Lebensform schießt in Bergregezio... Reg... Erektion. Ich bin raus. Bergregion aus dem Boden. Sie besitzt ein thermorezeptorisches Organ. Das ist ihr erlaubt, sich nähernden Fressfeinde anhand ihrer Körperwärme zu erkennen. Das war's. Natürlich Feuer, aber... Wir haben die schon längst erledigt. Schon längst. Während ich das gelesen hab, waren die schon weg. Wir sind halt ziemlich stark, ne? Sehr stark. Wir haben gute Waffen gefunden. Ich bin zufrieden. So kann man das hier... Ja, das kann man nicht in Gang setzen. Das ist total zerstört. Schade. Mogri-Medaille. Das ist nichts für uns. Einen Zettel. Nichts. Okay. Ein paar Kisten mit nichts drin. Ja, ja, ich hab dich gesehen. Ich geh sofort zu dir. Ich muss dir noch kurz die alte Baumrinde sammeln. Äh, nee, Moment. Magie, Eis. Es wird kalt. Ausgezeichnet. Was hat der denn geschossen? War das... War das Gift? Das sah aus wie Gift, ne? So, ist... Ist das der Weg? Boah, ist das schön. Hui! Das ist echt schön. Materia, MP-Boost. Nice. Wo kann ich das einsetzen? Bei Erich vielleicht? MP-Boost. Erhöht den maximalen MP-Wert mit mehreren Materia kombinierbar. Automagie. Haben wir noch mehr MP-Boost? PP-Boost haben wir. Bringt das was? Mist. Äh, umplatzieren. Da rein. Und hier rein. Naja, die bringen nichts zusammen, ne? Luft. Luft. TP-Boost. Auto-Magie. Gebet. Das... Das macht die irgendwie nicht, ne? Ermöglich den Einsatz von... Gebet. Mit der TP aller Gruppe in die da gehalten. Auto-Magie. Das macht der irgendwie nicht, ne? Das verbindet sich irgendwie nicht. Damit schon. Ermöglich den Einsatz von Wind-Magie. Das macht sie. Aber Auto-Gebet gibt es nicht, wie es aussieht. Schade. Schade. Okay, egal. Schön, dass wir das gefunden haben. Aber das ist nichts der Weg, den wir gehen möchten. иллиб Chrono-Geräusche. Alle imperieunft.